so ja wir sind jetzt herunten angekommen fix und foxy ich kann es euch echt sagen es hat geregnet wie die sau der 419er ist recht cool zu fahren wenn es trocken ist nehme ich an nass ist wirklich sehr schwer ihr kennt ja die starne da hier oben wie schmierseife es war sehr schwer wir sind eigentlich für die verhältnisse sehr langsam gefahren damit wir sicher wieder heim kommen zu mami und zu kind wir fahren da sicher noch einmal aber ich sage euch ehrlich es ist ausgestellt es ist trotzdem eine geile tour die post unten hat die gpx bis zum nächsten mal euer ingo dort ist mein buddy der hannes bis bald tschau herrliches panorama schien ist doch herrlichst ja kletowitsch ja kletowitsch Institut Cartier Word j constitu god w Das war's für Los Angeles. sind wir bald oben ja aber da hinten müssen wir rein, siehst du, keinen da da hinten müssen wir runter, da hinten durch den Spitz durch wiew das ist ein schönes Radar Wir müssen nicht bis zur Abzweigung vorne hin, wo es zum Gipfel geht. Leute, das sieht man nicht so schön. Boah, schon wieder mehr VR-Fahrt. Boah, so geht's hoch, meine Freunde. Boah, geil. Boah, herrlich. Das ist aber jetzt der 436er, oder wie ist das jetzt? Boah, hohoho. Boah, weiter, ich könnte nicht mehr sagen. Ich kann mutter Pati wieder einmal. Boah. 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 Ah. Wasst du da? 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 Da waren wir jetzt während dem Regen. Sehr nette Leute da herum. Ich kann euch die Hütten echt noch empfehlen. Wir haben am Murztrum jassen, Murztrum viel Bier getrunken und nicht viel zahlt und das auf 1250 Höhenmeter. Monteflob, Pflichttermin da bei den lieben Leuten einzukehren in eine Hütte. Ist nass! Boah! Da kann das Bier wieder rausfahren. Allebei das Gleiche. Die Mutti hat ja versprochen, ich trinke noch ein Bier. Scheiße, es ist halt so nass und es regnet halt so früh, aber es ist trotzdem sowas von geil. Aber wenn es nass ist, passt es auf beim Abfahren. So gesehen. Schöne Stufen da drinnen, ha? Mein lieber Edeltraut von Sauerkraut. Das hat sie gemeint. Das hat sie gemeint. Das hat sie gemeint, ja. Wahnsinn! Wahnsinn! Ah, danke! Ah! 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 Pass auf, da ist aber so rutschig! Boah, und stehlasso! Boah, jetzt schüttet's! Elektromia Mopukolo! Emokolo! Boah! Ah, fuck! Jetzt ist es aber! Ah! Jetzt ist es aber so schwer! Fuck! Favueta! Favueta! Wauah! Wauah! Das ist mein Sinn! So nicht! Sehr wett! Das ist schwierig, wirklich! Wauah! Ich höre! Wauah! Wauah! das ist die Grenzen oh, das bleibt doch ha ha, das Rasse bleibt hier nicht stehen unterhalb war es die noßen Steine, pass auf! ha 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 wie ist denn man? den Turm wird mir ewig in Erinnerung bleiben, ich schwöre da gehen wo 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020